Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen bei Lidl. Vom 4. bis zum 9. November bietet Lidl wieder großartige Angebote und Rabatte in verschiedenen Kategorien an. Diese Woche gibt es fantastische Sparmöglichkeiten bei frischen Produkten, Fleischwaren, Spielzeug und vielem mehr. Verpassen Sie nicht die großen Herbstaktionen, die Ihnen in vielen Bereichen tolle Vorteile bieten. Schauen Sie bei Lidl vorbei und entdecken Sie die besten Schnäppchen der Woche. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche gibt es bei Lidl erfrischende Rabatte auf Obst, Gemüse und Topfpflanzen. Frische Äpfel, knackige Salate und saftige Tomaten warten auf Sie, um Ihren Einkauf gesund und günstig zu machen. Bringen Sie zudem mit schönen Topfpflanzen mehr Grün in Ihr Zuhause, jetzt zu Sonderpreisen erhältlich. In der Fleischabteilung erwarten Sie diese Woche attraktive Preisnachlässe. Ob saftiges Rindfleisch, Hühnerbrust oder frische Würste. Lidl bietet Ihnen hochwertige Fleischprodukte zu unschlagbaren Preisen. Holen Sie sich die besten Zutaten für Ihre herbstlichen Gerichte und genießen Sie die Frische und Qualität, die Sie nur bei Lidl finden. Lidl bietet Ihnen diese Woche eine Vielzahl von Angeboten in unterschiedlichen Kategorien. Von Snacks und Getränken bis hin zu Reinigungs- und Hygieneprodukten. Alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen, gibt es diese Woche zu stark reduzierten Preisen. Entdecken Sie die besten Herbstprodukte und holen Sie sich frische Zutaten und Köstlichkeiten direkt aus den Lidl-Regalen. Genießen Sie die Vielfalt und die unschlagbaren Preise. Denn diese Woche weht ein echter Rabattwind durch Lidl. Möchtet Ihr einen Unterschied machen und als Erste auf exklusive Inhalte zugreifen? Mit unserem neuen Rabattjäger-Mitgliedschaftspaket könnt Ihr auf unserem Kanal besondere Vorteile genießen. Als Mitglied habt Ihr Zugriff auf spezielle Emojis und Treueabzeichen, die Eure Unterstützung zeigen. Außerdem könnt Ihr unsere neuen Videos früher ansehen und an exklusiven Umfragen teilnehmen, um Eure Meinungen und Ideen mit uns zu teilen. Zusätzlich gibt es regelmäßige Mitglieder exklusive Beiträge in unserer Community, sodass Ihr immer bestens informiert seid. Klickt auf den Mitglied-Werden-Button und werdet ein Rabattjäger, um diese großartigen Vorteile zu sichern. Und das alles für nur 4,99 Euro. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Diese Woche dreht sich bei Lidl alles um Spielzeug. Überraschen Sie Ihre Kinder mit großartigen Angeboten auf Spielwaren und Spiele, von Bauklötzen bis hin zu Puppen und Lernspielzeugen. Es ist für jedes Alter und Interesse etwas dabei. Schauen Sie in Ihrer Lidl-Filiale vorbei und entdecken Sie die tollen Spielzeugangebote zu unschlagbaren Preisen. Machen Sie Ihren Kleinen eine Freude, ohne Ihr Budget zu sprengen. Diese Woche bei Lidl gibt es alles, was Ihre Küche noch besser macht. Elektronische Geräte, praktische Küchenhelfer, Backformen und viele weitere nützliche Produkte warten auf Sie. Egal, ob Sie einen neuen Mixer, praktische Küchenutensilien oder Aufbewahrungsboxen suchen, Lidl bietet Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Küchenprodukten zu besonders günstigen Preisen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Küche auf den neuesten Stand zu bringen. Lidl bietet Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Küchenprodukten. Diese Woche dreht sich bei Lidl alles um Spielzeug. Überraschen Sie Ihre Kinder mit großartigen Angeboten auf Spielwaren und Spiele, von Bauklötzen bis hin zu Puppen und Lernspielzeugen. Es ist für jedes Alter und Interesse etwas dabei. Schauen Sie in Ihrer Lidl-Filiale vorbei und entdecken Sie die tollen Spielzeugangebote zu unschlagbaren Preisen. Machen Sie Ihren Kleinen eine Freude, ohne Ihr Budget zu sprengen. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.